Und sie haben sich gedacht, Mensch, wieso können wir jetzt eigentlich alles online machen, aber warum kann ich jetzt nicht einen Arzt sprechen, der mir sagt, was ich jetzt machen soll. Es war sogar Freitagabend. Und dazu kommt natürlich, dass das Ganze in Schweden entstanden ist und die Infrastruktur in Schweden schon auch nochmal eine andere ist als bei uns in Deutschland. Und so ist die Idee geboren und deswegen wahrscheinlich auch ein Stückchen weiter voraus in Schweden als in Deutschland, weil die Kollegen in Schweden tatsächlich mit der Digitalisierung uns ein Stückchen voraus sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Heute habe ich ein besonders spannendes Thema, was mir selber sehr, sehr gut gefällt, was mir sehr stark am Herzen liegt. Und zwar spreche ich heute mit Frau Dr. Monika Grazke, medizinische Direktorin bei der Firma CRÜ über das Thema Telemedizin beziehungsweise Videosprechstunde. Also, digitale Gesundheit ist heute unser Thema. Wir sprechen darüber, welche Grenzen Telemedizin eigentlich haben kann, wie der Einsatz von Telemedizin heute sinnvoll durchgeführt werden kann, welche Entwicklungspotenziale das Thema digitale Gesundheit hat und wo wir sie heute sinnvoll einbinden können und wo wir vielleicht auch zukünftig noch Entwicklungspotenzial sehen. Es ist ein wirklich spannendes Interview geworden. Eigentlich haben wir beide hinterher überlegt, wir hätten uns auch eigentlich am Küchentisch unterhalten können. So einfach und so spannend war es und die Zeit ist wie im Flug vorbeigegangen. Bevor wir aber ins Interview einsteigen, möchte ich Monika Grazke noch einmal kurz persönlich vorstellen. Monika Grazke ist ausgebildeter Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizinerin, Notärztin, Schmerztherapeutin mit langjähriger oberärztlicher Tätigkeit an der LMU München. Neben ihrer Tätigkeit bei CRÜ ist sie weiterhin als praktizierende Ärztin tätig. Also das heißt, sie hat zwei Erfahrungen, bringt sie mit. Einmal das Thema digitale Gesundheit auf der anderen Seite, aber auch noch die Erfahrung als Medizinerin und das ist eben für den Anbieter, der jetzt ungefähr seit Mitte letzten Jahres den deutschen Markt hier erobern will, bevor er war, noch in Frankreich, in Großbritannien und natürlich Schweden, also in ganzen Norwegen, die skandinavischen Länder oben schon tätig und bringt die Erfahrung aus den Ländern eben auch mit nach Deutschland. Darüber spreche ich mit Monika Grazke, mit Frau Dr. Monika Grazke. Freut euch drauf, aus meiner Sicht, wirklich wieder ein tolles Interview geworden. Wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute Frau Dr. Monika Grazke begrüßen zu dürfen. Ich habe es ja gerade schon vorgestellt. Monika, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Wir starten einfach mit meiner berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Frau Dr. Monika Grazke? Was macht Sie beruflich und privat mit eigenen Worten? In einigen wenigen Worten. Monika Grazke ist mein Name. Ich bin Anästhesistin und Intensivmedizinerin ursprünglich. Ich bin hier in München 13 Jahre an der LMU, an der Universität tätig gewesen, hauptsächlich eben im Bereich der Intensivmedizin. Lebe in München und liebe die Berge. Ein Grund hier in München zu sein. Ja, alles, was Münchner sagen ja immer, alles, was geografisch, glaube ich, über Nürnberg ist, ist dann schon der Norden von Deutschland. Ich bin also im Norden von Deutschland, mitten im Ruhrgebiet. Wir sind also ein bisschen weiter auseinander. Bevor wir in diese Frage-Antwort-Runde einsteigen, was du im Augenblick machst und was das alles mit dem Thema Telemedizin zu tun hat, so deine persönliche Seite. Du hast gerade die Berge angesprochen. Liebst du die Natur? Gehst du raus? Machst du einen Ausgleich zu deinem beruflichen Leben? Den braucht man als Arzt sehr. Wie gesagt, ich war lange Zeit in der Intensivmedizin tätig und in der Anästhesie. Das sind beides Fächer, die sehr ins Private übergreifen, was Nachtdienste und Wochenenddienste angeht. Und da braucht man dringenden Ausgleich. Und als Münchner fragt man sich ja häufig, was machen denn die Menschen im Rest der Republik? So an ihren Wochenenden. Und für uns in München sind da die Berge sehr naheliegend. Ich bin hier aufgewachsen. Und deswegen verbringe ich da tatsächlich den Großteil meiner Zeit. Und das ist ein wichtiger Ausgleich. Das ist ja für viele Ärzte, die auch so ein bisschen unternehmerisch tätig sind. Also unternehmerisch heißt ja nicht immer nur in eigener Praxis oder in anderer Tätigkeit, sondern einfach die selbstverantwortlich aus meiner Sicht arbeiten. Das ist für mich auch schon immer ein großer unternehmerischer Punkt, diesen Ausgleich zu finden zwischen dem beruflichen Alltag und den so ein bisschen mit ins Private auch rüberzunehmen. Also da einen Ausgleich zu finden, Sport zu treiben, vielleicht mit der Familie schöne Dinge zu tun. Das gelingt natürlich in dem Umfeld, in einem schönen Umfeld häufig ein bisschen einfacher. Wenn man so mal so ein bisschen in eure Familie geht, hast du unternehmerische Vorbilder gehabt? Gab es da irgendjemanden, wo du gesagt hast, mein Vater, meine Mutter, meine Großmutter vielleicht? Oder irgendjemanden, wo du sagst, da habe ich mich so ein bisschen daran orientieren können, was viele Dinge angeht? Oder habt ihr vielleicht eine Arztfamilie? Also ich komme tatsächlich aus einer Arztfamilie. Meine Eltern sind beide niedergelassene Ärzte. Und ich bin damit aufgewachsen, mit einer großen Überzeugung für die Medizin, aber auch unternehmerischen Druck, aber auch unternehmerischen Freude. Also beide mit einer eigenen Praxis haben sich sehr auf diese Praxistätigkeit fokussiert, neben unserem Familienleben. Aber ich bin damit aufgewachsen. Das war immer ein Thema bei uns zu Hause. Auch mein Bruder ist Arzt. Und ich hatte eine sehr erfolgreiche Tante, die beim Bayerischen Rundfunkverwaltungsdirektorin war. Daher vielleicht auch sehr der unternehmerische Anteil eines großen Unternehmens. Wie hast du das erlebt bei deinen Eltern? Beide niedergelassen in einer Praxis oder unterschiedliche Fachrichtungen? Unterschiedliche Fachrichtungen. Mein Vater ist Urologe, meine Mutter ist Anästhesistin und Allgemeinärztin. Und in der Anästhesie und in der Urologie haben sie sich überschnitten, indem mein Papa operiert hat und meine Mama da den Rundfunk gemacht hat. Ansonsten waren sie aber in getrennten Praxen tätig und waren beide sozusagen auf ihren eigenen Stammbeinen. Als Kind hast du in diese medizinischen Bereiche in Anführungsstrichen reinschnuppern können. War das Thema am Küchentisch das Thema Medizin oder haben deine Eltern das ganz außen vor gelassen? Das war immer ein Thema bei uns. Und ich bin wirklich von klein auf damit aufgewachsen. Ich bin jetzt die Dritte von drei Kindern. Und meine Mutter hat dann auch ganz pragmatisch, wenn sie auf Hausbesuch gefahren ist, habe ich im Auto gewartet. Ich habe auch schon vor den Operationen gewartet, wenn die beiden im OP standen, einfach weil es pragmatisch so sein musste. Ich habe das aber nie als negativ empfunden und für mich war das immer was ganz Normales. Und ja, wahrscheinlich auch deswegen meine große Affinität dazu. Ich empfinde Medizin als etwas sehr Bereicherndes und Schönes. Bereichernd und schön auf der einen Seite. Aber du hast es ja gerade gesagt, du hast auch mitbekommen, dass deine Eltern ein hohes Verantwortungsbewusstsein hatten für ihren Job. Also auch das ist ja ein schmaler Grad. Du hast es als sehr angenehm empfunden, beziehungsweise als natürlich empfunden, mit deiner Mutter auf Hausbesuche zu fahren, also vielleicht im Auto zu warten. Aber da ist ja auf der einen Seite die Verantwortung als Mutter, aber die andere Verantwortung eben auch als Ärztin und Medizinerin. Ich glaube, das ist ja was, was Mediziner einfach prägt, ein hohes Verantwortungsbewusstsein zu haben für ihren Job, aber eben auch für die Familie. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zu unserem Thema. Du arbeitest heute nicht mehr als Anästhesistin. Du bringst deine Erfahrungen als Anästhesistin, Intensivmedizinerin, Notärztin, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und auch Schmerztherapeutin mit in einen neuen Job. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. So ist es genau. Ich habe nach 13 Jahren Universitätsmedizin in den Schluss gepasst. Ich muss nichts Neues machen. Mich interessiert die Welt draußen. Und mich hat das Unternehmerische immer schon sehr interessiert. Und ich wollte einfach auch die geschäftliche Seite des Ganzen verstehen. Und deswegen hat mich ein kleiner Umweg über zwei Business Schools letztendlich zu dem Unternehmen Krü gebracht. Ein Anbieter für Videosprechstunden, was damals, das war im Herbst 2018, noch gar nicht in Deutschland auf dem Markt war. Aber was schon absehbar war, dass es eine große Chance in Deutschland wird und dass es kommen wird. Und über diese unternehmerische Seite bin ich dann letztendlich bei diesem Unternehmen gelandet und bin da jetzt mittlerweile seit über einem Jahr und habe das Deutschlandgeschäft hier mit aufgebaut. Ehrt dich sehr, dass du das so klein hältst. Du bist ärztliche Direktorin bei Krü. Also du führst ja letztendlich wahrscheinlich auch Mitarbeiter. Bist diejenige, die auch in der Öffentlichkeit, so wie jetzt hier bei mir, sitzt und über das Thema Telemedizin spricht. Natürlich auch gerne für deinen Anbieter, was ja absolut in Ordnung ist. Das ist schön hier im Business Talk Podcast. Wir können machen, was wir wollen. Wir dürfen über alles sprechen. Keiner sagt keinen Namen oder sonst etwas. Ganz im Gegenteil. Aber das ist ja wirklich auch wieder eine hohe Verantwortung. Also das Thema Telemedizin, jetzt gerade zu Zeiten von Corona, also wenn diese Videoaufnahme läuft, sind im September 2020. Wir haben die ersten sechs schwierigen Monate oder fünf Monate Corona-Zeit hinter uns. Wir haben alle erlebt, dass das Thema Telemedizin plötzlich eine ganz andere Bedeutung hatte, als vielleicht noch im Januar diesen Jahres. Kannst du so ein bisschen mal erzählen, was macht Krü? Und vielleicht auch, wie seid ihr durch die letzten fünf Monate gekommen? Krü ist, wie gesagt, ein Anbieter für Videosprechstunden. Es ist ein schwedisches Unternehmen, deswegen auch der vielleicht ein bisschen schwierige Name Krü. Man schreibt es anders, als man es ausspricht. Ich sage ganz kurz dazu, es ist ein schwedischer Ausdruck. Das ist kein Kunstname, sondern der schwedische Ausdruck für Wohlergehende. Es soll dir gut gehen. Daher der Name. Also Krü heißt, ich habe das ja auch gelesen auf eurer Internetseite, eine Krü, also K-R-Y geschrieben, richtig? Gesprochen K-R-Ü, also umlaut, Krü heißt gesund, munter und fit. Richtig? Und Krü heißt dann gute Besserung. Das fand ich sehr, sehr schön. So ist es. Daher der Name. Und das Entstehungsland Schweden, wo der Name eben auch herkommt, Schweden ist in der Digitalisierung einiges uns voraus. Und dieses Unternehmen wurde vor sechs Jahren gegründet. eben unter dem, mit der Idee des Gründers, wir müssen den Zugang zu ärztlicher Versorgung einfacher machen. Wahrscheinlich auch in Schweden aufgrund der geografischen Verteilung kam die Idee etwas früher als bei uns. Und da wurde das Geschäft gegründet. Und das wurde dann über fünf Märkte weitergetragen. Mittlerweile eben jetzt seit Dezember 2019 in Deutschland. und wir bieten Videosprechstunde an. Deutschlandweit bringen wir Patienten und Ärzte zusammen, um eine Sprechstunde online mit Video und Sprache durchführen zu können. Das Thema Videosprechstunde, wir haben das vorhin im kurzen Vorgebrief schon gesagt, ist nicht für alle so, ganz besonders für Mediziner, nicht immer so einfach zugänglich, also verständlich. Wir haben uns beide die Frage gestellt, was passiert da noch? Wo ist das Problem auch der Mediziner dabei? Da kommen wir vielleicht ein bisschen später nochmal drauf. Ich möchte nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was CRÜ tatsächlich macht. Also Videosprechstunde anbieten heißt, ich habe als Arzt oder andersrum, ich habe als Patient die Möglichkeit, mir einen Arzt zu suchen. Ich glaube, CRÜ ist eine App, wo ich relativ leicht und einfach als Patient, ich sage mal, eine Beschwerde eingeben kann oder bestimmen kann. Also ich melde mich an, bestimme eine Beschwerde und sage, jetzt suche ich einen Arzt und dann werde ich mit irgendeinem Arzt verbunden. Ist das mein Arzt oder ist das ein Arzt, der für euch, für CRÜ arbeitet? Das sind Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten. Also wir arbeiten mit deutschlandweiten Ärzten, mit deutscher Approbationen zusammen, die auch alle an den Kassensitz haben. Das heißt, das ist nicht notwendigerweise der Arzt, bei dem man auch als Hausarzt zum Hausarzt geht, sondern das sind Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten, die sozusagen in Anführungsstrichen gerade Dienst haben bei uns und der Patient spricht den Arzt, der gerade mit uns zusammenarbeitet und mit im Dienst für CRÜ ist. Das heißt, es sind Ärzte, die bei euch in der Kooperation, nenne ich es jetzt mal, sind, die gesagt haben, ja, ich möchte gern CRÜ in Anführungsstrichen Arzt werden. Die sind approbierte Ärzte, es sind Fachärzte, die entweder in eigener Praxis, ja müssen wir dann in eigener Praxis sind und arbeiten und dann sagen, ich stehe als Video-Sprechstunden-Arzt CRÜ zur Verfügung. Richtig? So ist es, genau. Wir sind ursprünglich mit Kollegen aus der Allgemeinmedizin und hausärztlich-internistischen Kollegen an den Start gegangen. Mittlerweile sind auch die Kollegen aus der Pädiatrie, also Kinderärzte, dazugekommen und das wird auch in Zukunft weiter ausgeweitet werden. Das heißt, der Arzt, den man spricht, das ist immer ein Facharzt und das ist auch immer ein Arzt, der in der physischen Behandlung der Patienten auch noch tätig ist. Also wir haben keine reinen Online-Ärzte und darauf legen wir auch Wert, damit man nicht diesen Tunnelblick bekommt, dass man nur noch Video kennt, dass man auch am Patienten selber noch ist. Kann ich denn als Krü-Arzt auch meine eigenen Patienten einladen? Kann ich sagen, hier, ich bin jetzt hier auf der Videosprechstundenseite und ihr könnt mich auch buchen oder geht das in Anführungsstrichen nur über diese Suchfunktion? Im Moment geht es über die Suchfunktion. Man kann natürlich, wenn man mit uns zusammenarbeitet, seinem Patienten sagen, da bin ich sozusagen im Dienst für Krü, da könnt ihr mich auch erreichen. Umgekehrt ist das im Moment noch nicht so, dass man seinen Arzt auch auf der Plattform findet. Das ist sicherlich ein Projekt für die Zukunft, aber im Moment ist es so, dass man einfach, um die schnellstmögliche Versorgung zu bekommen, auch den Arzt bekommt, der am schnellstmöglichen das ist. Das ist ja letztendlich immer so ein bisschen auch, ich muss deshalb schmunzeln, gerade weil mir die Geschichte des Gründers jetzt gerade in den Kopf kommt, also ich habe gelesen, Gründer Johannes Schild, ist das richtig? Oder Mitgründer, Johannes Schild, heute ist CEO, der, wie das ja häufig so ist, aus einer eigenen Notsituation oder persönlichen Befindlichkeit heraus gesagt hat, Mensch, da fehlt mir gerade was, ich möchte ja was entwickeln, Halsschmerzen gehabt, keinen Arzt gefunden und mit guten Freunden zusammen eine gute Idee gehabt und umgesetzt. Und dann ist Krühe entstanden, so habe ich es jetzt gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber daraus natürlich auch klar die Intention zu sagen, ich möchte schnell eine fachärztliche Meinung haben oder ich möchte schnell einen Rat haben und dann letztendlich einen Arzt sprechen, der mir helfen kann. Kann man das ungefähr so sagen? Genau, die Geschichte stimmt auch. Ich habe ihn gefragt, es ging ihm wirklich nicht gut und er saß zu dem Zeitpunkt mit einem Freund zusammen und es war abends und sie haben sich gedacht, Mensch, wieso können wir jetzt eigentlich alles online machen, aber warum kann ich jetzt nicht einen Arzt sprechen, der mir sagt, was ich jetzt machen soll, es war sogar Freitagabend. Und dazu kommt natürlich, dass das Ganze in Schweden entstanden ist und die Infrastruktur in Schweden schon auch nochmal eine andere ist als bei uns in Deutschland und so ist die Idee geboren und deswegen wahrscheinlich auch ein Stückchen weiter voraus in Schweden als in Deutschland, weil die Kollegen in Schweden tatsächlich mit der Digitalisierung ein Stückchen voraus. Jetzt könnten wir das Thema Corona in Schweden noch ansprechen, machen wir aber nicht, weil das noch wieder ein ganz anderes Thema ist. Aber das ist ja wirklich spannend. Also ich glaube, dass das Thema Telemedizin ja deshalb so interessant ist, weil wir gerade jetzt in der Corona-Zeit mitbekommen haben, wie wichtig es ist, dass wir nicht in volle Arztpraxen gehen und das Thema Risiko oder Infizierung und so weiter noch weiter voranbringen, gerade vielleicht, wenn es uns nicht gut geht, dann möchten wir trotzdem eine ärztliche Meinung haben und die möchten wir meist auch schnell. Kannst du vielleicht mal einfach beschreiben, wie das abläuft bei euch? Also ich bin jetzt, Patientenseite haben wir geklärt, zumindest zum großen Teil, aber wenn ich jetzt Arzt bin und ich sage, ich möchte gern Trü-Arzt werden, was muss ich tun, welche Voraussetzungen habe ich und wie würde das ablaufen? Genau, also wie gesagt, wir arbeiten mit Kollegen zusammen, die einen Kassensitz haben, das heißt im Moment Fachärzte für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätige Internisten und Kinderärzte, die müssen eine deutsche oder in Deutschland anerkannte Approbation und einen KV-Sitz haben und dürfen sich sehr gerne bei uns melden. Dann werden sie an die Kollegen weiter verwiesen, die ein Erstgespräch mit den Ärzten machen, wo man abklopft, sind es die gemeinsamen Vorstellungen, wissen die Kollegen überhaupt, was wir genau machen, wie das Prinzip von CRÜ ist und wenn dann ein beidseitiges Interesse besteht, gibt es dann nochmal ein Interview mit mir, wo wir uns einfach kennenlernen und uns auch prachlich kurz austauschen und dann kommt es zum sogenannten Onboarding-Prozess, wenn wir alle Unterlagen haben, wo ein sehr detaillierter Prozess angestoßen wird, wo es auch in einer Einweisung in die technischen Systeme gibt, in unsere technischen Vorgänge sozusagen, damit es dann auch alles gut klappt und es ist sehr individuell, wie viel Zeit uns die ärztlichen Kollegen zur Verfügung stellen können. Das hängt natürlich auch immens von der eigenen Praxis ab und dann gibt es eine Art Dienstplan sozusagen, in dem man sich dann einträgt und mit uns zusammenarbeitet. Also die Feinheiten klärt er dann immer noch sehr persönlich in einem persönlichen Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass es ja auch gewisse Timeslots geben wird, wo ein Arzt sagt, da habe ich in Anführungsstrichen Zeit für das Thema. Gerade in der eigenen Praxis tätige Ärzte sind ja nicht unbedingt, gerade in Deutschland auch nicht unterbelastet, also in vielen Bereichen. Wie sieht das denn in den Gebieten aus, die eigentlich unterversorgt sind? Das ist ja etwas, wo das Thema Telemedizin zumindest aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark eingesetzt werden kann. Also für Patienten, die jetzt Ärzte suchen, wo kein Arzt in der Nähe ist. Ich glaube, da habt ihr natürlich noch mal wirklich viel zu bieten, weil ihr genau da eben, weil es da nicht drauf ankommt, den Arzt, den Hausarzt, den Facharzt vor Ort haben zu müssen, sondern eben die unterversorgten Gebiete eben über das Thema Telemedizin schnell, einfach und sicher zu erreichen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite beobachten wir durchaus, dass der Einfachen in den großen Städten das Angebot sehr gerne wahrgenommen wird. Also es zeigt sich deutlich, dass auch in Städten wie Berlin, München, in Hamburg offensichtlich die Wartezeit bei den Kollegen in den Praxen auch länger ist. Also wir hatten auch immer erwartet, dass es eher der ländliche Bereich ist, aber nicht so. Es sind durchaus auch die Städte, wo offensichtlich der Bedarf sehr groß ist. Das ist wieder interessant. Eigentlich, ich hätte jetzt genau auch gedacht, Mensch, gerade die Auslastung innerhalb der Städte ist eben gegeben, also genug Patienten, aber dass dann Mediziner eben auch vielleicht gerade im fachärztlichen Bereich eben auch noch die Möglichkeit haben, sich da zu Patienten oder neue Patienten zu akquirieren, in Anführungsstrichen. Denn für den Arzt ist es ja durchaus lukrativ, Telemedizin zu machen. Das wissen ja viele Ärzte nicht. Also neben dem, dass ich vielleicht auch noch, ich kriege ja eine Förderung auch von der gesetzlichen Seite aus sogar, ich muss eine gewisse Anzahl von Videosprechstunden machen, aber es kann ja durchaus auch ein Teil meiner Einnahmen sein, wenn ich das gut strukturiert und vielleicht geplant auch angehe. Würdest du das auch so sehen? Absolut. Also es ist im Moment stark gefördert. Es ist politisch auch gewollt, dass das Telemedizin, das Videosprechstundeneingang in die ärztlichen Praxen halten. Es ist mir auch immer wichtig, dazu zu sagen, dass es natürlich auch für den Arzt eine ganz neue Perspektive ist. Es ist auf der einen Seite wirtschaftlich interessant, aber es bietet einem natürlich auch die Möglichkeit, dass man einfach mal an die Tür des Sprechzimmers was zumachen kann und einfach mal eine ganz andere Form der Sprechstunde macht, die auch für den Arzt einmal eine ganz, ich möchte es nicht sagen, bequem, weil es ist echt anstrengend die ganze Zeit, zu reden, aber eine neue Form der Behandlung und auch eine neue Form der Tätigkeit ist. Wir waren ja das Thema Homeoffice oder Schreibtischtätigkeit, das war ja für uns nie ein Thema und das ist auch für den Arzt einfach, ich muss nicht sagen, vom Lifestyle etwas Neues, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne neue Tätigkeit, die auch die ärztliche Seite neu bereichert, neben dem schriftlichen Punkt, der im Moment sehr gefördert wird. Bevor wir gleich noch mal auf das kommen, was Grün neben oder ergänzend zu dem Thema Videosprechstunde noch alles macht, also es gibt ja das Thema Rezept und so weiter noch, aber nochmal die Frage, die wir uns beide ja vorhin schon gestellt haben, aus deiner Sicht, ich weiß gar nicht, ob wir uns die Frage selbst beantworten wollen und vielleicht ein paar Thesen aufbringen wollen, warum ist das Thema Telemedizin für viele Mediziner noch mit so viel Zurückhaltung oder wird betrachtet mit so viel Zurückhaltung oder mit Zurückhaltung. Das erleben wir ja auch, also ich bin seit über 18 Jahren in der Beratung von Medizinern in der Praxis tätig und sobald das Thema, ich nenne es jetzt mal Digitalisierung im Allgemeinen aufkommt und das Thema digitale Gesundheit und alle Prozesse, die da irgendwie zusammenhängen, ist große Zurückhaltung da. Was würdest du sagen, wo kommt das her? Der Ursprung des Ganzen ist aus meiner Sicht, dass das Ärzte per se intrinsisch als alle, an allererster Stelle die die Qualität der Versorgung haben und das ist meines Erachtens eine große Sorge, dass die Qualität der ärztlichen Tätigkeit leidet und das höre ich ganz häufig, dass die ärztlichen Kollegen sagen, ich kann auch den Patienten nicht anfassen, ich kann kein Blut abnehmen, ich kann ihn nicht mal abhauen. Da ist meines Erachtens die tiefe Sorge dahinter, dass man den Patienten nicht so optimal behandeln kann, wie man das eigentlich möchte. Was ich mitbekomme, ist in keinster Weise, dass die Ärzte irgendwie hinterm Werk sind, dass sie mit modernen Technologien nicht umgehen wollen, dass sie das Internet verteufeln. Das ist nicht so. Wenn man realistisch ist, hat ja jeder Hausarzt oder auch andere Facharztgruppen auch in der letzten Zeit schon mit den Patienten digital kommuniziert. Die meisten haben jetzt schon, man darf so sagen, WhatsApp und SMS eingesetzt. Also das sind, es ist nicht so, dass die Ärzte per se sagen, der Patient muss unmittelbar vor mir sitzen, aber diese Sorge um den Verlust der Qualität in der medizinischen Behandlung, der steht da wahrscheinlich in erster Stelle. Vielleicht auch so ein bisschen, wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu, die Sorge vielleicht über dieses medizinische, über dieses, wie du hast gesagt, den Standard hochhalten, also die fachliche Qualität auch hochhalten, dass es dann vielleicht schneller zu einer Fehldiagnose kommen kann, also dass man als Arzt einen Fehler macht. Also wir haben ja, wenn wir sonst über die fünf Sinne reden, mit denen ein Arzt ja auch wirklich in der 1 zu 1 Situation mit den Patienten umgehen kann, dann beschränken wir uns ja hier einmal auf Sehen und vielleicht noch auf Hören und vielleicht das Thema Fühlen jetzt nicht Fühlen im Sinne von haptisch anfassen, sondern von Gefühl. Das ist vielleicht noch die dritte Quelle, die wir irgendwie dazunehmen können, aber da fehlen ja noch ein paar Sinne und deshalb glaube ich, macht es das schwer. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele etablierte Mediziner tatsächlich oder Medizinerinnen auch in eigener Praxis tatsächlich, dass dieses ganze Thema oder da sie ein bisschen kritisch sind, weil vieles eben nicht eigenmotiviert kommt, sondern von außen aufgedrückt wird. Sehen wir mal das Thema Telematik, Infrastruktur. Ja, das muss man nur einmal in der Praxis sagen, dann ist man eigentlich schon wieder draußen, weil das einfach ein Problem darstellt. Also kostenseitig. Ich muss Mitarbeiter darauf einstellen. Ich muss meine Praxissituation verändern und so weiter und so weiter. Also wenn der Gesetzgeber von oben kommt und drückt etwas auf, ihr müsst das jetzt tun und wenn das nicht tut, dann werdet ihr noch dafür bestrafen. Das wird einheitlich so gesehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment, dass das Thema auch Videosprechstunde, Telemedizin, digitale Gesundheit im Moment so ein bisschen in so einer Glocke hängt, die aber da gar nicht an sich hingehört, weil ich glaube, da gibt es schon viele unterschiedliche Dinge und würde mich sehr freuen, wenn wir dazu beitragen können, unter anderem durch unser Gespräch heute, dass man einfach mal darüber nachdenkt, wie kann ich das wirklich sinnvoll in meine Praxis integrieren und was habe ich davon, wenn ich das tue? Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Sinne wieder von guter Patientenversorgung. Also ganzheitlich das Ganze auch zu sehen. Jetzt ist ja das Thema, also die Frage stellen wir mal einfach in den Raum und ich würde mich sehr freuen, wenn Medizinerinnen, Mediziner uns vielleicht eine Antwort darauf geben, also einfach eine E-Mail schreiben an info.businessdoc.online, wo sind da die Probleme in der Arztpraxis und wir können ja gerne nochmal, das auch an anderer Stelle nochmal besprechen. Wir werden sowieso alle Verlinkungen von euch, also von CRÜ zu dir, zu den Ansprechpartnern da auch in die Shownotes bringen, sodass man sich gegebenenfalls auch direkt an dich wenden kann. Mit Fragen finde ich immer wichtig, sonst gibt es immer einen Umweg und ich glaube, ihr steht da sehr gerne zur Verfügung, um einfach auch im direkten Austausch mit den Medizinern zu bleiben. Unbedingt, sehr gerne. Also wir bemühen uns sehr in den Austausch mit den ärztlichen Kollegen zu kommen und sind um jeden Input dankbar. Ja, jetzt macht ihr ja noch mehr. Also ich habe gerade schon mal angesprochen, es geht ja auch um das Thema zum Beispiel Krankschreibung, es geht um E-Rezept, ihr habt eine Kooperation mit einem großen Apothekendienstanbieter, dann gibt es bei euch auch Möglichkeiten, sich einfach zu informieren über diese ganzen Themen der Digitalisierung in der Medizin. Ihr seid sehr umtriebig, macht einen Medtalk zum Beispiel. Gestern Abend war, glaube ich, einer, wo ihr einfach aufklärt, wo ihr diskutiert, wo ihr Menschen mit ins Boot holt, also in Interaktion seid. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen ausweiten. Was macht ihr da? Welche Möglichkeiten habe ich als Arzt, mich zu informieren? Ja, also da kam schon ganz gut raus, was du gerade gesagt hast. FÜ ist mehr als nur eine reine Plattform. Es gibt ja sehr viele Anbieter, die einfach nur die Technik zur Verfügung stellen. In diese Reihe möchten wir uns nicht einreihen, sondern CRÜ ist wirklich, wenn man so sagen möchte, ein ganzheitlicher Anbieter, der sowohl die ärztlichen als auch die Patientenseite informieren möchte und eine große Transparenz herstellen möchte. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite ist es so, dass wir, was die Ärzte angeht, die mit uns zusammenarbeiten, zum Beispiel sehr viele Fortbildungen anbieten oder auch solche Mäh-Talks wie gestern Abend, dass wir wirklich in den Dialog kommen wollen, zu sehen, wo können wir auch den Ärzten was Gutes tun? Wir wollen uns ja in das bestehende System eingliedern. Wir wollen uns dann irgendwo reinbatzen und was kaputt machen, sondern wir wollen da sehen, wie können wir denn die Struktur verbessern und wie können wir auch den Ärzten helfen und was Gutes tun. Deswegen dieser Austausch in regelmäßigen Webinars, in solchen Gesprächsrunden, die wir gestern online veranstaltet haben und auch diese Fortbildungen, die dann mit den Ärzten regelmäßig stattfinden, die von unserer Seite kommen. Von der Patientenseite aus ist es so, dass wir in der App integriert Informationsmaterial haben. Zum Beispiel, jetzt wieder das Paradebeispiel, Corona haben wir einen Symptomchecker zum Beispiel gehabt, wo man einfach auch unkompliziert, ohne ärztliches Gespräch sehen kann. Habe ich Symptome? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das habe? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich einen Arzt sprechen? Muss ich irgendwo hingehen? Und natürlich auch auf unserer Website sind zu vielen Symptomen, gute medizinische Texte durch uns geschrieben worden, wie man sich informieren kann mit valider, bei validem Inhalt, um die Patienten gut aufzufangen. Also wirklich eine umfassende Form von Gesundheitsinformationen, ich nenne es jetzt mal fast schon Plattformen, für den Arzt, aber auch für den Patienten. Also ich habe gesehen, ich kann zum Beispiel nach Symptomen suchen oder ich kann mich informieren über gewisse Symptome. Ich kann Krankheiten, wahrscheinlich statistisch oder ich glaube, erst mal alphabetisch, glaube ich, sortiert, aber dann eben auch wahrscheinlich mit einer hohen Relevanz in der Patientenbetreuung. Es gibt eine spezielle Seite für Kinder, finde ich auch hochspannend. Vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, warum das Thema Kinder da bei euch im Vordergrund steht. Also viel Information tatsächlich. Genau, und das ist auch der Kern unseres Unternehmens. Es soll eben nicht nur die reine Vernetzung sein, sondern es soll informativ sein und es soll, ja eben, also Ärzte und Patienten im Ganzen auffangen. Ein Wort vielleicht noch zu den Kindern, das ist auch eine Erfahrung, die wir aus den anderen Märkten haben und da profitieren wir als Unternehmen eben wahnsinnig, dass wir jetzt schon sozusagen als globales Unternehmen im sechsten Jahr unserer Erfahrung sind. Für Eltern mit Kindern ist es ein ungemeiner Zugewinn, wenn man gerade zum Beispiel, wenn man jetzt mehrere Kinder hat, nicht das Haus oder die Wohnung verlassen muss, um einen Arzt zu sprechen. Und da haben wir einen großen Vorteil für die Patienten und Eltern gesehen. Deswegen haben wir auch da einen starken Fokus drauf gelegt, dass auch wir Kinderärzte an Bord haben und dass die Kinder auch sozusagen in einer ganz eigenen Schiene von Anfang an kommen und gesondert und gut qualitativ versorgt werden. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema, geht uns ja irgendwie alle an. Also sobald Kinder im Spiel sind, glaube ich, wissen wir, wie wichtig diese Information und auch die Möglichkeit ist, schnell mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn man das dann haben möchte. Einmal möchte ich noch auf dieses Thema Krankschreibung und Rezept, elektronisches Rezept zurückkommen. Da haben wir ja oft, ich nenne jetzt mal einen Medienbruch, also dass ich dann zwar eine Videosprechstunde abgehalten habe, aber dann mir das Rezept beim Arzt abholen muss. Das ist ja dann im Moment bei vielen Bereichen eben noch so, gerade wenn ich jetzt im persönlichen Kontakt mit Hausarzt stehe. Wie habt ihr das gelöst? Im Moment ist es so, wir warten ja alle sehnsüchtig auf das E-Rezept, dass das was für uns würde diesen Medienbruch dann auch beseitigen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir Privatrezepte ausschreiben. Man muss natürlich sagen, dass bei solchen akuten Erkrankungen, wie wir sie großteils im Moment in der Sprechstunde haben, viele Rezepte ohnehin privat zu zahlen sind. Insofern ist das jetzt oftmals nicht das Problem, aber grundsätzlich ist es natürlich schon eine Stelle, wo uns der Schuh drückt. Wir wollen natürlich einen Kassenpatienten auch in der gesamten Versorgung mit dem Kassenrezept versorgen können und dafür ist das E-Rezept notwendig. Also das liegt nicht an euch, dass wir es nochmal ganz klar sagen, sondern da müssen wir noch auf den Gesetzgeber warten, der das freigibt, der die gesetzlichen Regelungen dazu schafft, ganz genau. Ja, das Thema Digital Health, digitale Gesundheit, Telemedizin, das ist ja ein Thema, was im Grunde gerade erst in den Startlöchern steht. Ich habe schon gesagt, Corona hat sicherlich einen Großteil dazu beigetragen, dass wir, wir in der Bevölkerung, aber auch die Ärzte und Ärztinnen dahinter ein bisschen offener geworden sind. Und was kann Telemedizin aus deiner Sicht noch, also wo geht es dahin? Also ich nehme mal, wir spinnen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Glaubst du, dass es auch dazu beitragen kann, in der sektorenübergreifenden Versorgung eine große Rolle zu spielen? Absolut. Also das ist natürlich das Ziel, was wir als Ärzte irgendwo auch vor Augen haben. Das erlaubt uns eine Vernetzung und eine konsiliarische Tätigkeit zwischen den Fachgruppen und auch geografisch übergreifend, die für alle Beteiligten eine Riesenchance ist. Man sieht es ja auch schon in verschiedenen Fachrichtungen jetzt schon. Also es ist ja häufig so, dass der Radiologe schon ganz woanders sitzt, als der Patient und der radiologische Assistent eigentlich ist. Also das ist ja schon sozusagen im Aufbau und diese Vernetzung zwischen Fachgruppen und auch zwischen ambulanten und stationären Sektor. Das ist eine unglaubliche Chance, die Versorgung effizienter und optimaler zu machen. Ich glaube eben auch gerade die Möglichkeit, sektorenübergreifend in den Gebieten arbeiten zu können, wo es eine Unterversorgung gibt, jetzt gerade wieder Thema Medizin oder wo es dann noch wirklich fachspezifischer wird, dann glaube ich, spielt das ein großes Thema und ich glaube, da kann das Thema digitale Gesundheit eine große Rolle spielen, gerade bei diesen Themen, die dann bezogen jetzt auf einfache Dinge, Diabeteskontrollen, Blutuntersuchungen und so weiter und so weiter sicherlich mit Fachkliniken, vielleicht sogar Universitätskliniken einfacher, besser, qualitativ, hochwertiger laufen kann. Ich glaube, dass da natürlich auch eine Vernetzung flächendeckend über digitale Themen oder auch einfach über digitale Prozesse notwendig wird. Aber das ist sicherlich Zukunftsmusik. Trotzdem ist es ein hochspannendes Thema. Ich glaube dann, weil das der Arzt tatsächlich, und das ist ja immer wichtig, das habt ihr auch auf eurer Seite und das habe ich auch in einem anderen Interview, was ich jetzt in Vorbereitung auf unser Interview mir heute angeschaut habe, wo du gesagt hast, es gibt auch Grenzen der Telemedizin und der Arzt wird nie ersetzt, sondern das Portfolio, wenn nicht mal des Arztes, wird ergänzt, damit wir insgesamt zu einer besseren und hochwertigen Patientenversorgung weiterkommen und auch beitragen wollen. Du hast das gerade ja schon gesagt, die Ärzte sind ja daran interessiert, dass es den Patienten gut geht und dass der Standard, den wir jetzt haben, eben auch weiter hochgehalten wird. Ich glaube, das dürfen wir auch ruhig erkennen und darf man auch sagen, dass es auch da in der Telemedizin eben ein paar Grenzen gibt und eigentlich muss sich der Arzt keine Sorgen machen. An anderer Stelle habe ich mal gesagt, es müssen sich nur die Ärzte Sorgen machen, die sich tatsächlich mit diesem Thema nicht beschäftigen, weil irgendwann wird es Teil des Ganzen sein. Jetzt habt ihr sehr viel Erfahrung mit dem Thema, also CRÜ, sehr viel Erfahrung. Ihr kommt aus Schweden, und ihr seid glaube ich in England schon. Wo seid ihr noch überall unterwegs gewesen? Schweden kam, Norwegen, England, Frankreich. Also ihr konntet viele Erfahrungen sammeln und mit diesen Erfahrungen jetzt den Markt in Deutschland auch angehen. Gibt es eine Zukunftsaussicht für CRÜ, wo du sagst, da wollen wir noch hin, das ist eine Vision? Die Vision ist natürlich, noch mehr Patienten und noch mehr Ärzte zu erreichen. Wir sind zwar in verschiedenen Märkten tätig, man muss aber ganz klar sagen, die Gesundheit und das Gesundheitssystem ist schon ein nationales Thema und wir kümmern uns von Berlin aus um Deutschland, also nicht in erster Linie um Schweden. Und wir wollen, das ist unser großes Ziel, in Deutschland flächendeckend diese Lücken auffüllen können oder dazu beitragen, dass diese Lücken in der Versorgung geschlossen werden können. Und das ist unser vorrangiges Ziel. Das wird sicherlich sehr viel detaillierter noch werden mit verschiedenen Facharztgruppen, mit verschiedenen Kombinationen, dass man Ärzte und Patienten zusammenbringt, dass wir unsere Informationsplattform oder Potenzial noch mehr ausweiten. Aber im Moment fokussieren wir uns tatsächlich auf die unmittelbaren Patientenversorgung zwischen Arzt und Patient. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man sich ein bisschen fokussiert, das Ganze dann weiter wachsen lässt und auch an dem Bedarf sich ein bisschen orientiert. Finde ich sehr schön. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wir machen zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Da würde ich gerne mit dir natürlich machen. Es gibt so standardisierte Fragen. Ich stelle die Fragen einfach und du antwortest darauf, was dir als erstes spontan einfällt. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf Jahren? Die Zukunft wird in erster Linie spannend. sie wird gut werden und sie wird sie wird sich sehr schnell wandeln. Was bedeutet für dich persönlich das Thema Gesundheit? Steht an erster Stelle. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer oder Unternehmerin haben? Offen sein für Neues. Offen und flexibel und aber auf das aufbauen, was man mindestens elf Jahre gelernt hat. Aber offen sein. Die Medizin wird sich wandern und da muss man einfach als Arzt mitmachen. Absolut. Also ich sage sogar mal, es dauert zwölf bis vierzehn Jahre je nach Facharztausbildung. Also kommt ja noch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich habe. Aber du hast recht. Ja, ja, eine ganze Zeit. Gerade dieses Thema finde ich so spannend, wenn ich kurz da rein darf, weil da fehlen eben die unternehmerischen Skills immer wieder. Also dass der Mediziner oder Medizinerin eben nichts lernt über das Thema, wie gehe ich in die eigene Praxis? Und wenn ich Fachärztin bin, wenn ich Facharzt bin und dann eine Entscheidung treffen muss, bleibe ich im Krankenhaus, dann kommt meist die Frage auf. Und da komme ich dann ins Spiel. Aber was mache ich denn jetzt? Wie geht denn das Praxis? Und das finde ich, da können wir schon vorher was machen. Tun wir aber jetzt gerade. Also ganz anderes Thema. Gibt es ein Buch oder einen Film, was dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, was du empfehlen kannst? Ein Buch, was ich empfehlen kann? Moment, da muss ich kurz nachdenken. Ich muss gestehen, ich lese im Moment nur Fachbücher. Was? Wir haben ja medizinische Zuhörer. Ich habe jetzt auch mal angefangen, ein Buch wieder zum zweiten Mal zu lesen. Ist auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass man beim zweiten Mal noch ganz andere Dinge feststellt. Wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, liefern wir es einfach nach. Schreiben das in die Shownotes. Kein Problem. Gibt es einen Film vielleicht, wo du sagst, ich gehe ins Kino und da gibt es irgendwas, was ich wählen kann? Also das Kino ist ja wie bei den meisten anderen wahrscheinlich auch jetzt seit neun Monaten nicht mehr so. Netflix heißt das neue Kino jetzt. Ja, genau. Ich muss gestehen, der letzte Film, den ich gesehen habe, war Frühstück bei Tiffany. Ist das mal ein Film? Guck mal, da kommt doch, es ist ja, genau. Ich hätte jetzt Titanic gesagt, aber gut. Und die letzte Frage, die für uns immer nicht ganz uneigennützig ist, weil es immer spannend ist, neue Podcast-Gäste zu bekommen. Gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast hier für den Business-Doc-Podcast aus deiner Sicht empfehlen könntest? Oder würdest? Wem würdest du? Ich habe spontan ganz viele Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten, empfehlen, weil das die Ärzte sind, die zum Teil schon 30 Jahre in der Praxis sind und die genau diese Entwicklung mit einer wahnsinnig großen Begeisterung mitmachen. Und die würde ich gerne jedem vorstellen und mit ihrer Begeisterung ersprechen lassen, wie sie positiv dieses neue Medium Telemedizin und Videosprechstunde aufgenommen haben. Schade, ich habe gerade in dem Augenblick gesagt, schade, dass wir keinen Videopodcast machen, weil deine Augen haben total geglänzt, als du das gesagt hast. Also das kam aus ganz, ganz tiefem Herzen. Von daher muss es stimmen und vielleicht nehmen wir die Sequenz mal raus. Also ich glaube, das war ein tolles Statement, wirklich, weil es auch bedeutet, dass ich lange schon tätig sein kann und trotzdem offen bin für viele neue Sachen und Spaß habe an neuen Techniken und auch für meine Patienten das sehe, dass das wichtig ist. Sehr, sehr schön. Also wir kriegen nicht alle dann jetzt hier in dem Podcast, auch nicht alle hintereinander, aber vielleicht, wenn der eine oder andere Lust hat, sehr, sehr gerne. Ja, Monika, ich danke dir für das offene Interview, für die Fragen, die du beantwortet hast. Einmal zu dir in der Person, aber natürlich auch zum Unternehmen CRÜ. Das wird sicherlich spannend, dass ein Unternehmen auch mal von außen auf Deutschland guckt und sagt, was können wir da machen? Und ich glaube, wir haben viel Spaß mit dem Thema in einem wahrscheinlich jungen, modernen Team. Darf ich mal fragen, wie viele Leute seid ihr in Deutschland? Gibt es da irgendwie ein wachsendes Team oder ist das eher klein noch? Also vor einem Jahr waren wir noch zu viert, vor über einem Jahr. Jetzt sind wir das nicht mehr. Wir wachsen sowohl im Kernteam, sind wir jetzt mittlerweile deutlich mehr als 20 Leute und auch mit den Ärzten sind wir in einem zweistelligen Bereich. Also wir wachsen sehr, sehr schnell. Ja, ist ja auch schön zu hören, dass es eben schnell geht, dass da der Bedarf da ist und man eben auch sieht, dass das gewollt ist, also nicht nur zu Corona-Zeiten. Also ganz, ganz vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und tolle neue Informationen hier für den Business-Doc-Podcast gewonnen. Für alle die, die heute mit dabei waren, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt immer dran, wir brauchen, wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Ich würde nicht sagen, wir brauchen das, aber es ist eben ganz schön, wenn ein paar Leute mal eine Rezession schreiben oder auch uns bewerten. Ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es ist ein sehr, sehr spannendes Format. Ich hoffe, dass wir viele ärztliche Kollegen erreichen, mit der Begeisterung für die neuen Medien und mit viel Optimismus für die Zukunft was da auch uns zukommt. Vielen Dank, liebe Monika. Schöne Woche. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020